Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohler geht, dann wird es auch euch wohl gehen. So schreibt es Jeremia im 29. Kapitel. Ein herzliches Willkommen zu meinem Sonntagsvlog aus dem Flatiron District in New York. Heute haben die Pfarrerinnen und Pfarrer des Außenreisekurses 2019 ihren Gottesdienst gefeiert und werden nun in alle Welt entsandt. Ich wünsche euch allen gottesreichen Segen, ob es euch in die Stadt oder aufs Land wegführen wird. Dort schickt euch Gott hin. Er will, dass ihr dort segenreich wirkt. Und möge seine Kraft und Inspiration durch den Heiligen Geist euch begleiten. Tschüss!